Ist das... Der Biss, ja. Die Arena wurde abgesperrt. Sie lassen sie hier sterben. Es fängt wieder an. Es fängt nicht an. Es breitet sich aus. Hugo, wir brachten es her. Finden wir Magister Vaudan. Wenn er nicht schon tot ist. Unfassbar, dass man sie hier verrotten lässt. Diese Menschen wirken arm. Sie müssen aus dem Armenviertel sein. Hat denn niemand ihr Verschwinden bemerkt? Kümmert wohl niemanden. Mag sein. Hier, noch ein Symbol. Dann gehen wir mal rein. Jo, warum auch nicht? Hm, der gute alte Wagentrick. Oje. Achso, das geht sie nicht. Ah, jetzt so. Ich war gerade verwirrt. Ich war gerade verwirrt. Er trägt einen Helm. Ich kann nichts tun. Was machen wir? Gehen wir vorbei. Kein Mux. Du bist allein. Und ich habe alle Zeit der Welt. Sag's mir einfach. Dieser Schläger ist kein Soldat. Er trägt eine Uniform. Nicht eines. Wie viele denn noch? Ich muss unseren Mann finden. Dann könnte ich eine Belohnung beanspruchen. Ja, hau ab. Ich locke ihn weg. Bedank dich beim beschissenen Grafen, dass du hier krepiert bist. Mann, was für ein Elend. Ja, verzieh dich nur. Ja, hau ab. Was war das gerade? Jo. Oh je. Oh je. Läuft es rein. Irgendein Zeichen vom Arzt? Ich habe nichts gehört. Ein Arzt. Der Mord war aber nicht versteckt. Um Arzt meinen die? Den, den wir suchen? Und der Boss kommt bald zurück. Scheiße. Sie suchen auch nach Wudor. Sie denken er wäre Arzt. Na klasse. Also wenn er hier ist, dann hat er aber nicht viel unternommen, um diese Leute zu weilen. Die sind ja ärmer als wir. Nicht eine Münze. Dann hör auf zu Gründern und such den verdammten Archivisten. Ach, irgendwer findet ihn schon. Wir müssen wohl da hoch? Hm. Ne, da kommen beide. Vielleicht, wenn wir einen Stein da hinwerfen. Ich hoffe, der läuft jetzt nicht so. Ja, tut er nicht. Ok, 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 ok. Oh, geht. Ja. Wir gehen hoch. Oh. No. Da war was. Ne, da ist nichts. Da ist nichts. Nein, 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 nein. Hier ist nichts. Ja, hast du. Das waren die. Das stinkt. Ach, fast zur Hölle. Das sieht mega gut aus, das Spiel. Ähm. Re ist mein Befehl. Einfach nur Ausrufezeichen Re. Dafür. Die Tür. Aber ich glaube, ich sollte auch weg machen. Oh. Ihr wird schlecht. Bitte nicht. Da oben. Dort geht es wieder ins Innere. Wir müssen etwas finden, um da hochzukommen. Schnell. Uh. Da möchte ich jetzt auch nicht sein. Oh nein. Es frisst sie. Wir müssen hier raus. Ähm. Können wir was mit dem Wagen machen? Da. Der Käfig da oben sieht groß genug aus. Lecker. Hm. Wohin wollen wir denn? Wir wollen doch ... Wollen wir hin? Warte mal. Wo wollen wir hin? Da hoch? Ne, da sind wir doch gerade runtergesprungen. Ne, da sind wir rausgekommen. Wir wollen da hoch. Ok. Musik ist auch wieder super stimmig, wie im letzten Teil. Vom Anwesen der Deryns, wo man da vom Anwesen fliegen muss. Hier, die Spiele sind also Hammer, beide. Ein Terminator? Warum ein Terminator? Eine Messe? Achso, du hast quasi die Demo angespielt. Ich bin ehrlich, ich habe keinen Terminator gesehen. Schau mal da drüben. Noch ein Symbol. I'll be back. Gut, aber Lukas, wenn die Leute hier krank wurden, heißt das, dass jemand gebissen wurde? Keine Spur eines Angriffs. Noch nicht. Naja, gehen wir. Ja, war ja klar, jetzt kommen 17 Soldaten hier hin wahrscheinlich. Abtrünnige Soldaten. Hört sich nicht gut an. Hey, Kane! Jemand Lust auf gebrannten Futter? Schätze, da oben. Wer ist da? Na los, zeig dir. Ah, Eindringlinge! Wir wurden entdeckt! Und, hä? Jetzt mit dem Messer töten. Mit dem Messer töten. Mit dem Messer töten. Mit dem Messer töten. Er schießt doch. Wollte gleich sagen, du Dulli, und jetzt kriege ich auf. Oh Mann. Ich habe den Bogenschützen halt nicht gesehen. Oh. Die können auch da hoch. Abtrünnige Soldaten. Hört sich nicht gut an. Hey! Tränen! Jemand Lust auf gebratenen Vogel? Bogenschütze da oben. Lecker. Du hast ne Leiche abgeknallt, du Idiot! Von wegen. Die hat sich noch bewegt, als ich geschossen hab. Genug herumgespielt. Augen offen halten. Sonst darfst du Arnaud erklären, warum du das nicht. Warum wir mit leeren Händen dastehen. Die Schleuder ist definitiv zu laut. Was können wir denn tun? Der sieht uns gut. Ne, der läuft weg. Okay. Achso. Du hast nichts gesehen. Ich brauche Schlaf. Ja. Definitiv. Aber wir können da hinten auch durch. Hm. Wie können wir denn... Das... Okay. Das funktioniert so nicht. Und der puddelt jetzt hier rum. Toll. Noch hoch gleich. Der Bogenschütze sieht uns dann wahrscheinlich. Ja. Hey! Ist da jemand? Bleib in Sicherheit! Ja. Ja. Guck du. Nur in die andere Richtung. Du Loser. Nicht zu sehen. Die Pest ist eine Sache. Aber offene Wunden. Hm. Hopf. Hm. Hopf. Hopf. Nee. Das rafft er, wenn wir da vorbeilaufen. Oh Gott. Der, der, der. Check das. Oh. Nein. Nicht das Messer. Oh ho. Eigentlich wollte ich das Messer nicht benutzen. Aber ich hab einfach intuitiv, äh, Y gedrückt und dann war da Feierabend. Oh. Sie haben Wotor noch nicht gefunden. Er ist schlauer als sie. Er ist allein. Irgendwann finden sie ihn. Und dann ist Ugo verloren. Du hast recht. Ja, vielleicht sollte ich mir die Filme mal angucken. Hör auf. Oh no. Die haben die anderen gefunden. Den anderen. Ja, wir gehen da durch. Der hat seinen Kumpel wohl gefunden. Und jetzt sollten wir uns beeilen. Bevor uns noch was Böses passiert. Was machen wir denn mit dem Top? Aber. Ich muss den irgendwo da drüben werfen. Was war das? Hier seid ihr also. Nein, nein. Sind wir nicht. Ja, ja. Passt schon. Wir sind weg. Ah. Oh Gott. Was soll ich jetzt mit dem machen? Oh Gott. Was soll ich jetzt mit dem machen? Nein. Nein, nein, nein. Ähm. Wie... Glitchy war das jetzt? Ähm. Vielleicht ist der Andrea jetzt gar nicht tot. Kann ich den einfach killen? Ich versuch das mal. Ah. Ich weiß was ich mache. Ich weiß was ich mache. Ok. Dann das. Und... Wenn ich mich jetzt beeile und der da jetzt da rumpimmelt, dann könnten wir es vielleicht schaffen. Ja, ja, schnell dort. Danke nochmal für deinen Lörd. Äh, achso, die Taste soll ich drücken. Bewusstsein. Amicia wird ihre drei Fertigkeitstypen abhängig von deinem Spielstil und den verwendeten Werkzeugen verbessern. Drücke Select, um das Menü zu schließen. Das ist wie Raffinesse. Alchemiewissen. Amicia stellt dank ihres erweiterten Alchemiewissens schnelle alchemistische Munition her. Amicia achtet auf ihre Umgebung, wodurch sie Gegner im Nahkampf in Feuer oder Ratten hineinstoßen und sofort töten können. Amicia bewegt sich leiser und wird von Gegenden nicht so schnell bemerkt. Der Gegner sah gerade ultimativ riesig aus. Ah, okay. Wir haben die erste, aber wahrscheinlich die zweite schon wieder verpennt. Riechst du das? Leichen. Was ist das hier? Ein Krankenhaus? Ich glaube, sie haben hier gewohnt. Natürlich sind alle erkrankt. Daran, daran gewöhne ich mich nie. Musst du auch nicht. Boah, die sehen alle richtig übel aus. Hm. Hier ist was. Oder hier war doch gerade was. Noch nicht. Hm. Ich will ein bisschen aufmerksam sein. Und, ähm, solche Sachen, gerade solche Sachen nicht verpassen. Bitte sag mir, dass es hier ist. Oh Gott. Eine ganze Stadt. Das Symbol. Er ist im Turm. Er muss dort sein. Oh. Oh. Lukas, es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Es ist der Orden. Ein hochrangiger Magister würde wohl im hohen Turm leben, oder? Gehen wir einfach hin. Und du bist ganz sicher? Tja, es ist der einzige Weg. Sei vorsichtig. Lukas! Lukas! Kannst du aufstehen? Ich versuch's. Bitte tut mir nichts. Beruhigt euch. Wir gehören nicht zu denen. Seid ihr von hier? Ja. Oh oh. Red Skis. Nicht die Fackel fallen lassen. Solange ihr sie habt, werden sie echt nichts tun. Was wollen die von mir? Komm zu uns rüber. Wir müssen wieder nach oben gehen. Die Sonne wird uns beschützen. Ganz ruhig. Im Licht seid ihr sicher. Alles klar. Er fällt jetzt hin. Woher kommen diese Flüster? Da kommen mehr. Sehr viel mehr. Lauf weiter. Es soll zu fehlen. Nicht stehen bleiben. Verachtet sie mich. Lauf weiter. Ja. Ja. Wie ich mir dachte. Siehst du einen Ausweg? Nein. Oh Gott. Ich weiß doch nicht, wo ich hinlaufe. Schnell. Mach zu. Hilf mir. Halt. Du. Nein. Das war's. Nein. Das war's. Wir haben Licht. Noch sind wir sicher. Wir sind sicher. Alles gut. Ruhig bleiben. Oh Gott. Bleib nah bei mir. Es geht schon wieder los. Das müssen wir. Ganz vorsichtig. Ich wusste es. Hab doch gesagt, sie sind hier. Das sind ja Millionen. Aber wie können es schon so viele sein? Vigo. Sie sind wegen ihm hier. Hm. Ja. Das sollte reichen. Vigo. Sie nur. Sie klettern. Was? Wie? Das ist übel. Wir müssen zum Tor. Wodan zu Ugo bringen und hier verschwinden. Sie haben sich weiterentwickelt. Ich hab sie beim Sturz verloren. Muss auch ohne gehen. Ja. Bitte lass die Fackel nicht fallen. Ach, das ist doch nicht das erste Mal. Aber ich brauch freie Hände. Muss sein. Unglaublich, dass wir die Fackel zurücklassen. Ja, da gibt es doch noch eine. Oh yeah. Aber das gibt es noch. Drecksbächer. Was machen wir? Nehmen wir einen Stock. Der brennt schnell ab. Wir wählen den direkten Weg. Ja. Sehr direkt bitte. Sehr direkt bitte. Amicia. Wenn die Nacht anbricht. Ja. Dann kann sie nichts mehr aufhalten. Oh Gott, dass wir das. Das ist zwar in den Pass. Äh. Äh. Oh je, das brennt gleich ab. Ähm, halt, äh, Schleude. So. Hau. Ja und wie? Kann ich das nochmal irgendwo durchschießen? Ja, aber die kann ich doch jetzt nicht einfach anziehen, ne? Aber look, du kannst doch das Objekt treffen, dass du gerade... Ah, okay, ich kann die Fakita hinwerfen. Na dann. Dann werfen wir doch mal die Wackel dahin. Ich... muss kurz kotzen. Wir hier, ne, vorhin so, ah, die Rattenklette. Und jetzt? Ich geh vor. Nichts überstürzen, aber runterstürzen. Ähm. Wenn ich das... Oh Gott, wenn ich die Fakita werfe, dann war es das mit mir. So, dann müssen wir wahrscheinlich, äh, einfach durch. Können wir schneller gehen? Ne. Im Rattengedöns können wir wahrscheinlich nicht schneller gehen. Aber jetzt beeil dich mal einfach, Amicia. Es wird wieder sehr knapp. Oh ja. Ah. Kann da noch nicht rum. Gut. Sollte reichen. Erledigt. Danke. Komm ran. Ich versuche dich zu erreichen. Ich komme nur mit deinem Stock rüber. In Ordnung. Sei schnell, sei mutig. Und fall nicht mehr runter. Aber das ist neu. Mit dem Stöckewerf. Dafür ist es zu spät. Das war schrecklich. Das gab's im ersten Teil, glaube ich, nicht. Danke. Du raubst mir noch den letzten Nerv. Gehen wir weiter. Vor allem, also, du kannst es hier ein bisschen kleiner. Ob wir in der Nähe des Turms rauskommen? Ach, er hat wohl einfach Pech gehabt. Ich kann's kaum erwarten, Magister Vodors Plan zu erfahren. Der Plan ist hoffentlich verdammt gut. Ist er sicher? Glaub einfach, dass, ähm, Amicia Glück gehabt hat. Schon wieder runter? Oh ja. Machst du Witze? Nein, und Hugos Zustand wird mit jeder verschwendeten Sekunde schlechter. Deine Mutter ist bei ihm. Es geht ihm gut. Keine Ratten? Nein, aber sie waren vor kurzem hier. Schau dir die Leichen an. Ja, die hatten Hunger auf jeden Fall. Sie sind in der Nähe. Vorsicht. Oh. Warum essen sie eigentlich nicht mehr? Die mögen wohl die Haut, also. Also kann man es ihnen verdenken. Ist ja bestimmt am Knustbecken. Was ist das? Schienen in der Wand. Ein Aufzug. Das könnte ein Weg hinaus sein. Verlasse den Untergrund der Arena. Senke die mittlere Plattform ab. Dieser Geruch. Den kenne ich. Das ist Schwefel. Eine Schmiede. Eine Kurbel. Mal sehen, was sie bewirkt. Ich brauche dich hier. Klar. Wow. Oh nein. Hörst du was? Oh nein. Bitte nicht. Gut. Wie viele das sind? Wir stecken fest, Lukas. Nein, nein. Da, die Plattform. Das Feuerbecken. Das Licht müsste für den ganzen Raum reichen. Und wie zünden wir es an? Keine Ahnung. Salpeter, Schwefel, Alkohol. Was wir so finden können. Na gut. Die Zimmer sind ja jetzt offen. Vielleicht finden wir was. Fleischverräter. Wir brauchen ein Konservierungsmittel wie Alkohol. Vielleicht in der Truhe? Alles klar. Lenken wir erst diese Ratten ab. Nicht fallen. Danke, Lukas. Fall du auch nicht. Das werden sie mögen. Ekelhaft. Gut. Aber das wird nicht genügen. Dann halt das auch noch. Gut. Dann ab zur Truhe. Als ob sie seit Millionen von Jahren nichts gefressen hätten. Zwei Millionen. Zwei Millionen von Jahren. Franz, genau. Und? Was ist drin? Ähm. Alkoholflaschen. Ja, das ist gut. Sehr gut. Komm zurück. Erstmal. Kopf in den Nacken. Und gegen den Stress erstmal einen Schnaps, ne? Alles klar. Wir brauchen ein zweites Element. Dann stellen wir Ignifer her. Weißt du noch? Ignifer. Ignifer. Hatte ich schon vergessen. Sehen wir im anderen Raum nach. Ähm. Was hat nämlich hier? Hier war nichts. Hier wahrscheinlich. Das ist Schwefel, oder? Ja. Auf den Brettern liegt ein wenig. Da oben in der Truhe könnte noch mehr sein. Frischer Schwefel wäre perfekt. Ab nach oben. Eine Kurbel. Da ist ein Aufzug. Geht's dir gut? Ja. Selten so einen Spaß gehabt. Natürlich. Er bleibt nicht oben. Kann mich helfen? Gute Idee. Hä? Warum geht's jetzt da runter? Du musst dich darum kümmern, Lukas. Natürlich. Let's go. Go, Lukas. Go, Lukas. Bereit. Wir verschwenden Zeit. Achso. Oh mein Gott. Auf den Aufzug, Mann. Aber das kannst du jetzt allein schieben. Vorher ging es nicht allein. So. Auf dein Zeichen. Lass es bleiben. Sofort. Lass es bleiben. Oh. 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 Los, schneller. Ich mache mir Sorgen, Omigo. Der Turm ist nicht mehr weit. Sobald wir Vaudan finden... Wir wissen nicht einmal, ob er da drin ist. Und die ganzen Ratten. Und Söldner. Hey. Eins nach dem anderen. Ja. Wir wissen doch nicht mal, ob das... äh... das Richtige ist. Wir wissen es nicht. Gut. Und? Was gefunden? Du hattest recht. Es ist Schwefel. Es ist so ein Geschwefel. Ja. Das ist eine gute Nachricht. Gut. Wir haben Schwefel und Alkohol. Das ist eine der besten Kombinationen für Ignifer. Ruchreaktiv. Misch sie. Ignifer. Einfach großartig. Du kannst jetzt Ignifer herstellen. Halte RB gedrückt, um das Auswahlmenü aufzurufen. Wähle mit... Ja. Das Ignifer. Fertig. Schieß es mit der Schleuder auf die Feuerbecken und... hoff, dass es klappt. Ähm... Auf das hier. Ah, tödlich. Was zur Hölle? Das war in der Tat hochreaktiv. Danke, Lukas. Das Ignifer wird noch sehr nützlich sein. Versuchen wir, die Plattform zu senken. Da waren doch noch mehr Kurbeln. Sehen wir uns um. Erstmal Kurbeln. Ähm... Hier waren wir. Da sind unsere Kurbeln. Oben. Unter dem Gewölbe. Ja. Versuchen wir's. Die hält runter da jetzt. Danke. Macht sie... Lukas. Man tritt eine Lady nicht ins Gesicht. Hä? Hä? Lukas. Was ist das denn? Ich habe darüber gelesen. Das ist ein Elefant. Aus Afrika. Die Römer verwendeten sie im Zirkus. Er ist riesig. Sieh nur, die Zähne. Einfach... Unglaublich. Ja. Hier liegen schon genug Knochen rum. Lass uns abhauen. Mhm. Hol'n Mammut. Was macht Mammut hier? Boah. Ganz schön viele antike Krüge. Ich stelle mir gerade vor, wie das Publikum Wein trinkt und die Gladiatoren kämpfen. Ja. Manche Dinge erinnern sich nie. Mhm. Mhm. Ja, und wo ist denn die Stöcke? Ach da. Ähm. Halt. Ähm. Und jetzt? Ach, das sind immer noch Ratten. Dieser Tontopf. Er könnte den Effekt eines Egnifers verstärken, der beim Aufprall ausgelöst wird. Versuch's mal. Haufen geklappt. Haufen geklappt. Hier? Was redet? Fertig. Wirf ihn, um ein kurzes Feuer zu erzeugen. Wenn wir schnell machen, kommen wir durch. Wird durchs Feuer. Die Idee war großartig. Das ist aber auch neu. Das ist alles neu. Wir entwickeln quasi, oder wir stellen quasi das Egnifers her. Aber, wir können das auch mit dem Topf verwenden. Das ist eigentlich ganz cool. Was ist gut? Geht klar. Bewegen wir dieses Monster. Bleibt er dann unten, oder? Das Ding ist zu schwer. Dafür gibt es auf der anderen Seite eine Kurbel. Man braucht zwei Leute. Na gut. Bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ich warte auf dein Zeichen. Das ist es, Amicia. Hoffentlich. Was ist es? Hätte ich gewusst, dass die Welt wieder in sich zusammenbricht. Okay. Ich dachte, ich muss niesen. Hilfige. Sie hatten hier noch mehr Tiere. Ja, Feuer mögen sie ganz gern. Diese kleinen Freundinnen. Da hängt ne Fackel an der Wand. Und... Gibt es Stöcke? Nee. Dann müssen wir wohl so einen Topf werfen. Ah, ich will gehen gleich mit mir. Ah! Close, sie war. Die haben Bock auf Fleisch. Oh, die haben alle Bock auf Fleisch. Lade mal. Endlich runter und verschwinden von hier. Alles klar, Lukas. Bin soweit. Ich warte auf dein Zeichen. Aber dann kriegen wir hier wenigstens... Achso, Töpfe voll. Brauchen wir wahrscheinlich eine größere Tasche. Es funktioniert. Nicht zu fassen. Gott sei Dank. Endlich. Auf dein Signal. Los! Ähm, hast du das gehört? Könnte sein, dass die Grenze bricht. Wir müssen zum Aufzug. Schnell! Oh. Stabil. Wie haben wir das geschafft? Ach, mit... ...viel können und starkem Willen. Es beginnt wieder. Verstehst du, was das bedeutet? Ja. Aber wir haben es schon mal überstanden. Du hast ihre Angriffe gesehen. Ihre Bewegungen. Sie sind schneller, wendiger, schlauer. Aber wir haben es geschafft. Gerade so. Finden wir Magister Vaudan. Mit dem Orden an unserer Seite sind wir in diesem Kampf nicht mehr allein. Na, hoffentlich hast du recht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017